Musik 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 Guten Morgen Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube Video und zwar heute kommt der Schulvlog. Ich werde mich erstmal fertig machen, dann habe ich noch einige Sachen hier morgens zu erledigen und dann geht das auch schon ab in die Schule. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Leute und wisst ihr was ich noch richtig hasse? Wenn ihr am Volktag einen Schuh habt, wo ihr eine Schleife reinmacht oder einen Doppelknoten, fickt mir den Arm diesen Tag einfach nicht mehr auf. Und genau so geht es mir fast jeden Morgen. Wisst ihr was echt blöd ist? Und zwar, ich habe mir heute zu zweitens bedeutet, ich habe erst um 9 Uhr Unterrichtsbeginn. Und ja, da ich nicht mehr schlafen konnte, bin ich schon um halb acht aufgestanden. Und das ist voll kacke. Weil jetzt muss ich die Zeit noch vertreiben, bis der Unterricht losgeht. Was soll ich denn machen, Mann? Sonst plane ich immer nur eine dreiviertel Stunde ein. Und jetzt habe ich anderthalb Stunden Zeit. Was soll ich denn machen, Mann? Meine Schule, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich schon spät ranne bin. Erstaunlicherweise. Und zwar der Bus kommt um 5.30 Uhr. Es ist 30 Uhr. Und ja, ich muss den nehmen, weil der nächste Bus kommt erst um 41 Uhr. Und das ist ein bisschen zu spät. Deswegen muss ich mich jetzt beeilen. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Hinten kommt der Bus. Meine Schule. Ey, oder? Hier wird eine neue Aula gebaut. Das da hinten ist mein Gebäude. Ey, wie das aussieht, ey. Das wird alles erst fertig sein, wenn ich schon lange von der Schule weg bin. Oh mein Gott. Also, die GSV-Sitzung ist vorbei. Ich erzähle euch gleich noch ein bisschen was darüber. Aber wir laufen jetzt erstmal ins andere Gebäude rüber. Weil jetzt gerade haben wir Pausen und gleich haben wir Bio im anderen Gebäude. Also, laufe ich jetzt. Also, die GSV-Sitzung, ey, war sehr interessant. Wir haben sehr viele Informationen bekommen. Unter anderem, bei uns sind die Toiletten geschlossen. Deswegen haben wir erfahren, wann sie wieder geöffnet werden. Weil es ziemlich viele Zerstörungen und Demolationen, oder wie das heißt, in unserer Schule gab, wurden hier so einige Sachen gesperrt. Und ja. Und es gab halt, ja, einfach ganz viele interessante Sachen. Ich sag jetzt nicht alles, weil das ist auch so ein bisschen privat. Ja, nee, aber, ja. Genau. Und, ja, das Ganze werde ich heute auch in der LW-Stunde, das ist Lernwerkstatt, werde ich das halt, werde ich vorne stehen und halt präsentieren, was das ist. Und ich zeig euch mal, wie das neue Gebäude aussehen soll. So soll das neue Gebäude aussehen. Das soll hier stehen. Ich bin ja echt gespannt. Und, Leute, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich noch drei Minuten Pause habe. Leute, wir haben gerade Pause, um, äh, ja, es geht in einige Minuten wieder rein, aber wir haben noch locker zehn Minuten Pause. Und, ja, mir ist langweilig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hasse die Hofpause, weil der Hof sieht so kacke aus. Ich filme ihn mal für euch, ja? Wie kalt. So, als allererstes folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Telonym, ähm, YouTube und, ähm, überall halt, ne? Ich verlinke euch alles, natürlich auch. Na, okay, verlinke es nicht, ich schreibe es einfach, wie es heißt. Eigentlich heiße ich überall Berlin-Vlogger, aber ihr könnt ja mal überall vorbeigucken und mich überall abonnieren und so. Ich habe sogar TikTok. Okay. Leute, wir machen keinen Unterricht mehr. Ähm, ich gehe jetzt auch gleich, weil ich zum Praktikum muss. Und, ähm, damit ist das Video auch beendet. Äh, ja, genau. Aber, ja. Na gut, ich sag schon mal Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und haut rein. Ciao.